hallo da sind wir wieder die frage die ich mir jetzt immer noch stelle ist wie wir mit diesem blöden bot da vorbeikommen ich habe keine ahnung ich werde hier einfach versucht mit dem aus dem weg zu gehen wird hier ein paar schiffe bauen hier so eine detachment reconnaissance und noch einen und das ist gut und die werden hier mal ohne star lanes zu benutzen rausfliegen ich weiß jetzt noch nicht ganz genau ob das was bringt aber mal gucken ob auf dem scheiß bot da vorbeikommen alle stoppt mir die ganze galaxis voll und ich muss expandieren dann kriegen wir so nicht hin und was wir protestieren gegen einen antrieb gegen waffen so als pazifischer ok aber naja sind halt insekten so machen sehr gut 2 milliarden feigur sind da drauf sind habe ich diese wo ist das ding überhaupt ach das ist ja ein ding da können wir glaube ich mal die besiedlung absagen da kann man ja auch wegschieben ja cool bevor hier noch mehr reinfliegen so deppengeschwader naja ich habe den auftrag ja gegeben jetzt müssen wir aber auch wieder darauf achten dass wir wieder mehr mineralien produzieren und zieht abgab wir haben war wo steht das überhaupt hier tatsächlich ach da wollen wir ja leute hinschicken wie es aussieht klappt das auch ganz gut elyrians kommen jetzt auch langsam ran und seine rasse die man leider nicht mehr spielen kann das nur ein telepaten da sind wir schon gut dabei naja sehr gut sehr gut was na ok das muss man so was warum waren die da weg muss ich diesen komischen eider 5 auch mal auf besiedeln stellen da ist minierung und gange und dann können wir hier noch und dann können wir hier noch Eta Aquarii. Es freut mich auch so ordentlich, dass wir auf diesem Planeten auch hin auswandern können. Eta Crucis. Okay, das reicht jetzt mal wieder. Dann wandert mal. Macht mich stolz. Also die Liste ist auch dementsprechend lang, wenn man halt die Hälfte der Galaxis einmal besiedelt hat. Very poor ist natürlich super. Alter Sackplaneter, äh, Sonne, Stern. Ach, guck. Ein Mensch. Guck einer an. Gibt mehr Stress, aber um bessere Truppen. Good old days, genau. Genau. D-d-d-d-d-d-d. Mhm. Ich glaub nicht, dass ich den haben will. Ja, das ist gut. Das ist alles in Ordnung. Anders bringt mir ja nix. Und drum benutze ich eh nicht. Und jetzt zumindest nicht. Abs-a-ja-bs-a-ja. Naja. 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 Nochmal irgendwie mal ansprechen. Das will ich jetzt mal hier so. Ne, bleiben wir mal einfach neutral. Welten 90. Militäre Stärkerfache, du Scherz. Pff. Pff. Er ist völlig verrückt. Aber ich hab ihn so schon aufgeholt. Ich bin auf Platz 7. Hahaha. Ah, großartig. Das wird schwierig. Endlos schwierig. Na, noch eine Kolonie gegründet. Aber langsam ist das aber auch wieder im Griff. Vielleicht sieht es ja letztendlich nochmal aus. Noch, noch irgendwie so ein Kandidaten hier. Wo ist Argus? Ach, guck. Äh. Duven und Aida und... Wollen wir mal gucken, was da los ist. Was hier Unrest, Piracy, High Taxes, am Arsch. Er wird hier Militär. Was haben wir überhaupt, ähm... Dings. Nein. Marines. Fighting for you. Wir haben Marine Corps stationiert und dann ist gut. Hm, Hackers. Äh, ja, ja. Zu damit. Warum ist da Unrest so viel? Ja? Das heißt, ich muss da nochmal... Glaube ich, auf Eta Aquarii nochmal eine Flotte stationieren. Hier kommen die Leute langsam mal in Schwung. Ja, das geht langsam hoch. Dann sind die irgendwann auch gut am Produzieren. Das war vorhin noch bei 28%. Und hier unser Aida-Freund. Der geht langsam auch hoch. Da kommt das langsam Fahrt auf. Da emigrieren Millionen von Leuten. Das finden wir gut. Das finden wir wichtig. Hier. Äh. So eine Flotte mal bauen. Was haben wir hier? Carrier wollte ich eigentlich jetzt nicht, äh... Strudeln. Long Range. Ja, komm. Und den schicken wir in der nächste Runde mal da oben hin. Am Arsch. Er hat seine Flotte abgezogen. Kann ich da mal in Ruhe durchfliegen? Ach, das ist ja ärgerlich. So, äh... Da hinfliegen wir. Very rich. So, flieg da mal hin. Im Sinne der Völkerfreundschaft. Beanspruchte ich euren Nachbarpläten jetzt für mich. Zack. Oh nein. Jetzt bin ich kaputt. Mist. Hilfe. Nicht schießen. Ich kann nix für. Ich führe nur Befehle aus. Muah. Muah. Shit. Naja. Ja, kaputt. So, schön kommen die Schiffe. Herschel. Lalagok. Tonkopf als... Naja. Wer da meint. Äh... What the fuck ist hier passiert? Achso, die fliegen alle hin. Könnten wir nochmal... Das ist inzwischen 5 und fertig. Ja, gut, gut, gut. Alles fein. Alles wunderbar. Okay. Ist der abgelehnt? Oder letzte Runde schon abgelehnt? Oder letzte Runde schon abgelehnt, der Sack. Ich will nicht Aggressionspakt mit dem haben. Unbedingt. Da geht kein Weg dran vorbei. Dann kann ich ja endlich durch sein Gebiet fliegen. Und voll die Ballerte nicht mit dem Daumen an der Raumschiffe ab. Kann auch sehr wichtig sein. Aber vorher... Äh... Ich hoffe, ich habe das in den richtigen ausgewählt. Ja, komm. Hier. Das ist ja schön. Oh, Klass 3 Shield. Das ist ja natürlich exzellent. Ah, ja, bs. So, nicht so nochmal abwarten. Dann haben wir den letzten davon. Jetzt ein Vorschlag. Die Antwort erhalten. Und nochmal wieder zwei Kolina. Ja, ist das so schön. Ah, abis, abis. Ja, abis. Und Stuff. Ja, sehr schön. Das geht ja mal voran. Das geht ja in der Tat mal voran. Mal voran. Jedenfalls bis zum nächsten Mal. Jedenfalls bis zum nächsten Mal. Das war's.